Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Tipp, Notizen für Tomboy aus Firefox heraus erzeugen. Tomboy ist ein praktisches Werkzeug, um Informationen zu sammeln und zu organisieren. Bei Programmen wie Tomboy spricht man von einem Desktop-Wiki, da man einzelne Notizen miteinander verlinken kann. Tomboy startet man bei Linux Mint wie folgt unter Menü, Zubehör und Tomboy-Notizen. Einfach draufklicken. Ein typischer Anwendungsfall für Tomboy ist das Sammeln von Informationen, die man beispielsweise aus dem Internet gewinnt. Mit der Erweiterung TomFox oder TomFox Plus für den Firefox kann man sich nun diese Arbeit etwas erleichtern. Nach der Installation von TomFox oder TomFox Plus findet man diese Erweiterung bei Firefox unter Add-ons, Erweiterung. Wo man TomFox oder TomFox Plus auch wieder entfernen, aktivieren, deaktivieren kann und wo man auch zu den Einstellungen kommt. Anstatt die Informationen per Copy und Paste in Tomboy zu übernehmen, kann man einfach die interessanten Abschnitte der Webseite selektieren. So zum Beispiel und dann über das Kontextmenü der rechten Maustaste in Tomboy als neue Notiz einfügen. Kontextmenü und erstelle Tomboy-Notiz. Tomboy muss vorher gestartet werden. Die Notizen von Tomboy findet man im Home-Verzeichnis unter .local, Share und Tomboy. Das war Josef Paul von Home Screencast. Ciao und viel Glück!